Das ist hier Holzenes, Holzenes, da spielt sich rechts was ab, ein Loperweg, ein Loperweg. Holzenes Feld ist da längs. Ferienbono Kamatier. Feriengebiet Weißrecht, das werden wir sehen, das ist eine Galerie, da hält einer schon. Wie denn so? Da muss ich liegen. Urlaubsgebiet oder so. Strand. Holzenes Strand. Dorfmuseum. Ach, lass mal zum Strand wollen wir nicht. Das machen wir erstmal hier längs. Das größte ist, wenn es passt noch nicht mehr. Ja. Ja, hier alles in Ordnung, alles gesund. Ein bisschen Schnee liegt noch. Und hier wollen wir rechts ab. Das ist ein Gate. Desselbühle. Hier rein. Ja. Das geht aber nicht. Sackgasse trotzdem. Wir gehen gleich wieder um. Desselbühle. Desselbühle. Das muss ich jetzt nicht sein. Und hier auch noch schön. Desselbühle. 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 So, ich denke mal, ich drehe hier um. Hier ist irgendwie die Gaswirtschaft, Parkplatz, der Kaffee. Okay, da hinten machen wir ein bisschen noch länger, nochmal. Hier drehen wir immer. Da kommt wohl nichts mehr. Der ist im Frühstück. Und die Rückansicht. Kann man auch nochmal sehen, die Rückansicht. Kaffee trinken, super. Super Darmbrot. Jetzt sind wir auch noch zwei hier. Und rechts. Pesseln Auch das werden wir noch zeigen. Kiosk. So, dann wollen wir weg an Förde und finden da aus jetzt. Genau, rechts anbiegen. Oh, er steht. Hier geht's rein. Das ist Kiosk. Ja, rechts anbiegen. Watchers!